Hans, dank der bedeckten Tribünenseite, nun Markus Latour mit dem importierten Auslandsstand, importierten Zugtagsbretchen vor, weil nebenan hat Markus, unser reisenhafter Kempfuscheon gut gesessen und haben nun hierhin eigentlich oberfolgreich im Turniersport, für den Hexen gut, nach Hause hier seit gestern öffentlicher Ausgabe wieder und dies darf sie kommen. Die dürfen die guten Halbform, die direkt nach nun liegen, ist schöner.